Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren G-Writers Video Tutorial. Heute möchten wir uns mit einem Spezialthema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Zahnmedizin. G-Writers in die Agentur, die sich mit diesem Thema beschäftigt und wo ich Ihnen heute die Dienstleistung vorstellen möchte, ist eine akademische Agentur, die sich auf Korrektorate, Lektorate und sonstige Dienstleistungen rund um die Erstellung akademischer Texte spezialisiert hat. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was hat jetzt so eine Agentur mit Zahnmedizin zu tun? Nun Patienten, Sie können das selber, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, legen häufig Wert auf einen Titel. Auch wenn das nicht immer unbedingt ein Signal oder ein Merkmal dafür ist, dass dort mit hoher Qualität gearbeitet wird. Nichtsdestotrotz ist der Titel in der Zahnmedizin ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen und sich natürlich auch in Wissenschaftskreisen einen Namen zu machen. Und in diesem Zusammenhang kann das Thema Ghostwriting oder Ghostwriter eine wichtige Rolle spielen. Wenn Sie Zahnmedizin studieren, beginnen Ihre Forschungen meist schon während des Studiums. Sie setzen sich mit verschiedenen Themen auseinander, bilden Blöcke, bilden Spezialgebiete, forschen in bestimmten Spezialgebieten und, Stichwort Spezialgebiete, spezialisieren sich dann eben häufig letztlich auch auf ein Thema, das Sie dann in der beruflichen Praxis ausüben. Kurzum, Forschung, Lehre und berufliche Arbeit sind gerade bei der Zahnmedizin sehr eng miteinander verbunden. Häufig fehlt aber die Zeit, sich intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen und das Spannungsfeld zwischen beruflicher Tätigkeit auf der einen Seite und Titel, Forschung und Lehre auf der anderen Seite kann relativ groß sein. Hier können Ghostwriter helfen. Ganz wichtig bei dem Thema Zahnmedizin ist es dabei natürlich, dass diese spezialisiert sind auf das Thema, weil Sie als angehender Zahnarzt oder als angehender Zahnmediziner wissen das selber. Hier handelt es sich um Spezialwissen, um Spezial-Know-how. Deswegen sind Ghostwriter, die sich auf das Thema Zahnmedizin spezialisiert haben, in der Regel selber schon Zahnärzte und Zahnmediziner und kennen sich also in dem Fachgebiet bestens aus. Welche Medien können von diesen Ghostwritern nun belegt werden? Das ist ganz vielfältig und hängt immer von Ihren Bedürfnissen ab. Das kann eine Projektarbeit sein, das kann in der Präsentation sein, das können Abschlussarbeiten sein oder natürlich auch vollständige und fertige Dissertationen. Auf all oder in all diesen Feldern kann ein medizinischer, ein zahnmedizinischer Ghostwriter Sie unterstützen, begleiten, ob das jetzt beim Coaching oder ob das nur in Anführungszeichen in einer begleitenden Forschung ist. Mit was beschäftigt sich der Ghostwriter mit diesem Thema oder bei diesem Thema? Die Zahnmedizin als Spezialdisziplin der Humanmedizin beschränkt sich dabei aber nicht nur auf die Analyse von Beschwerden im Mund oder im Rachenraum, denn auch das wissen Sie selber. Zähne haben große Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und damit hat die Zahnmedizin bei Weitem nicht nur einen zahnmedizinischen Fokus, sondern gerade in jüngster Zeit auch immer mehr und immer stärker einen ganzheitlichen Fokus. Und auch den bedienen natürlich die wissenschaftlichen Ghostwriter beim Thema Zahnmedizin. Geht also weit darüber hinaus, wenn man in die Geschichte sieht, wie sich Zahnmedizin in der Antike entwickelt hat, bis zum heutigen Status der Zahnmedizin. Und gerade im Bereich Forschung und Lehre ist es eben ganz, ganz wichtig, hier up-to-date zu sein, neue Themen aufzunehmen, zu erkennen. Und gerade wenn es um die Erstellung einer Dissertation geht, geht es ja auch darum, hier Impulse zu geben für die Forschung und Lehre, ein neues Thema aufzunehmen, ein neues Thema zu bearbeiten, das letztlich dann eben auch in der beruflichen Praxis oder in der gesamten Medizin einen Einsatz finden kann. Zusammengefasst kann man sagen, zahnmedizinische Ghostwriter leisten hier Arbeit im Spannungsfeld zwischen beruflicher Ausübung und Lehre und Forschungen und können ihnen helfen, diesen Spannungsfeld, das existiert, im Wesentlichen ein zeitlich bedingtes Spannungsfeld zu füllen. Dabei entscheiden Sie selber, in was und in welcher Form diese Unterstützung da sein soll. Das kann, wie gesagt, gehen von einer ganz einfachen Begleitung bei einer reinen Erstellung einer Arbeit, einem Coaching bis hin auch zur Lieferung vollständiger und fertiger arbeiten. Von daher scheuen Sie sich nicht, wenn Sie sich mit diesem Spannungsfeld näher auseinandersetzen wollen und das berufliche Fortkommen auch in einem Titel sehen, sich auch mit dem Thema wissenschaftliches Ghostwriting zu beschäftigen. Hier ist GWriters gerne Ihr Ansprechpartner. Kommen Sie auf GWriters zu und lassen Sie sich ein Angebot, lassen Sie sich einen Vorschlag machen, welche Möglichkeiten es in Ihrer individuellen Unterstützung gibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg bei der Bearbeitung eines zahnmedizinischen Themas.